Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palvert. Wir sind hier in unserer kleinen, hübschen Hütte. Warte mal. Ich packe mal gerade das Schickipi wieder ein. Können wir ein Bett bauen? Ne, uns fehlt Materialien, wenn ich mich recht erinnere. Warte. Holztruhe. Ja, uns fehlt ganz viel Holz und auch Fasern. Okay. Dann. Oh. Die sind so hübsch, die Hirsche. Die fangen wir uns irgendwann. Auf jeden Fall. Wir sollten jetzt erstmal vielleicht noch ein paar Materialien sammeln. Huh. Ach so. Das ist mein Baugebiet scheinbar. Okay. Sehr schön. Wo ist denn das da hinten? Irgendwas bergbergmäßig ist wahrscheinlich. Nimm ich an. Okay. Wir werden mal ein bisschen rumlaufen, Materialien sammeln. Dabei noch ein bisschen hier auf Entdeckungstour gehen. So, Basie mal rausholen. Weil zwar uns wehren müssen. Ich habe keine Ahnung. Also bisher haben uns, glaube ich, die Viecher nie von sich angegriffen. Ich weiß nicht, ob sich das ändern kann. Hä? Was ist das? Ist das ein Kabel? Können wir dem folgen? Nee, hier ist Ende. Okay. Hm. Wer weiß. Da geht das auf jeden Fall weiter. Oh, warte. Entstock. Das Gute ist ja, wenn wir so ein Teleporter-Ding finden, können wir uns ja auch wieder zurückporten und müssen nicht den ganzen Weg laufen. Hm. Keine Stöcke? Bin ich blind? Weiß es nicht. Wow. Ah, hier wäre auch schön gewesen, ne? Ach Mensch, hätten wir das mal vorher entdeckt. Das ist ja richtig toll hier. An dem See. Na ja. Wir gucken aufs Meer. Ist auch schön. Oh. Und ganz viele Stöcke nehme ich auch mit. Wir müssen auch noch fünf Lammbeiz fangen. Also nur noch zwei jetzt, ne? Könnte mal versuchen, so einen Viech da zu fangen. Oh, warte mal. Die Evo-Lieferschnitte haben wir schon. Brauchen wir jetzt nicht. Ist in unserem Lager drin. Da ist noch ein Stock. Und da auch. Gehen wir hier... Oh, da hinten ist irgendwas Interessantes. Da gehen wir mal hin. Müssen wir essen? Nö, geht. Sind hier eigentlich auch Wasserviecher drin? Das würde mich mal interessieren. Aber sehe ich jetzt keins? Na, vielleicht nicht. Wir haben letztens aber so einen Hirsch rumschwimmen sehen. In der ersten Folge. Ich glaube, das war eines von den Hirschen, der aus Versehen im Wasser gelandet ist. Aber noch richtige Wasserviecher habe ich noch nicht gesehen. Oh, ein Ei. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn wir da eine Brutmaschine auch haben. Bisher, also ich nehme jetzt einen Tag später auf. Also einen Tag nach der ersten Folge. Und habe schon mal gelookt, ja, wie es so ankommt. Also bisher, Aufrufzahlen sind wohl ganz gut. Auch schon einige positive Kommentare erhalten. Freut mich, wenn euch das Spiel gefällt, auf jeden Fall. Wir könnten hier auch mal so ein Viech da... Was ist denn das hier? Level 3. Ja, komm, lass uns mal so ein Viech fangen. Warte. So. Die Katze haben wir auch noch nicht, oder? Was unsicher. Oh, wir sind voll. Ach du Scheiße. Oh je. Ähm, Moment. Deswegen sind wir gerade so lahm. Oh, wir haben ganz schön viele Steine gesammelt. Kann ich davon ein bisschen was wegnehmen? Und nun abwerfen. Nee, immer noch zu voll. Ja, jetzt geht's. Ach, guck mal. Sind das Rochen? Sind die im Wasser, oder fliegen die? Ich bin mir gerade unsicher. Nee, ich glaube, das sind Fliegeviecher, ne? Okay. Das Problem ist jetzt wirklich, dass wir voll sind. Ich versuche trotzdem, noch so ein Viech hier zu fangen. Mir fehlt so ein bisschen so schöne Musik, ne? Im Hintergrund ist so... Ich meine, wir hören die schönen Geräusche hier vom Spiel, aber so gar nichts. Ähm, jetzt so. Gar keine Musik gerade. Ah, jetzt ist Musik. So, halt, halt, halt. So, mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Ah, jetzt haben wir Musik. Okay. Hat ein bisschen gedauert, bis er einsetzt scheinbar. So, wir haben es gefangen. Sehr gut. Oh, was seid ihr denn? Oh, Level 6. Oh Gott. Okay, ich glaube, der greift an. Ja, die greifen an. Ach du Scheiße. Und wir sind gerade überfüllt und können nicht richtig wegrennen. Wenn ich jetzt ins Eventar gehe, geht es, glaube ich, weiter, die Spielzeit. Lass du mich in Ruhe? Ah, nee. Nee, jetzt greift alles an. Okay. Oh je. Ich traue mich gerade nicht, was wegzuschmeißen. Warte mal. Jetzt ganz schnell. So. Okay. Oh je. Ich wollte doch nur ein bisschen Holz sammeln. Oh, und den da hätte ich aber gerne. Ich weiß nicht, warum die Pokébelli einfach so rumliegen, aber hey. Ah. So. Jetzt. Jetzt ist aber gut hier. So, ich wollte ein paar Pizze mitnehmen, um mal zu gucken. Ah. Oh. Okay. Was haben wir denn da? Eigentlich würde ich gerade nach Hause laufen, aber das ist jetzt doch interessanter. Feuertechnik, Frucht auch. Okay. Mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir auch bauen. Obwohl, weiß ich nicht, ob man hier reinbauen darf. Tratsch-Tante. Die Tratsch-Tante. Hast du schon mal eine Höhle erkundet? Ich habe gehört, dass die Höhle voll von seltenen Ports sein sollen. Außerdem gibt es Ports, die dort alle möglichen Schätze zusammentragen und horten. Wenn du mal eine Höhle finden solltest, dann sag mir Bescheid, okay? Naja, vielleicht eher nicht. Ich glaube, die Sachen hätte ich gerne für mich alleine. Oh, ein Händler. Ja. Dem können wir vielleicht was verkaufen. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Warte mal. Da muss ich nicht die ganze Zeit wegschmeißen. Ähm. Was bringt die Sachen denn so? Vier. Null. Oh, eine Megasphäre haben wir eingesammelt. Uh. Die Eier bringen gut scheinbar, aber die will ich gar nicht loswerden. Wolle 13. Ja. Nee. Pfeile könnten wir erstmal verkaufen, weil wir eh kein Bogen. Obwohl, wir machen uns einen Bogen. Nee. Nee, nee. 1G, 10G. Also am Bett. Ach nee, Eier bringen gar nicht gut. Entschuldigung. Ich habe aber Gewicht geguckt und nicht bei G. In dem Moment. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also so ein Fleisch. Und es vergammelt auch bald. Weißt du was? Vielleicht verkaufe ich einfach so ein Stück Fleisch. Ähm. Wie mache ich das? Hier, verkaufen. Die Bären vergammeln uns bald. Oh je. Warte mal. Verkaufe ich hier auch mal welche? Warum geht das jetzt nicht? Ah nein, hat er kein Geld mehr? Und ähm. Ist ja doof. Ah, jetzt. Okay. Mit Rechtsklick muss man machen. Okay. Verkaufe ich vielleicht einfach noch ein paar Steine. So. Damit wir wieder ein bisschen was sammeln können. Dann würde ich jetzt mal was von den Bären hier erstmal vor die vergammeln. So, alle satt? Ja. Gut. Habt ihr gerade gesehen? Die haben jetzt glaube ich wieder Haltbarkeit dazu bekommen. Nachdem wir gegessen haben. Wahrscheinlich war aber die Bären, die vergammelt sind, weggefuttert haben. Ah, ist dunkel, ne? Warte mal. So. Jetzt sehen wir alle wieder was. Was ist denn da? Ach so. Schlafen gegangen. Willkommen. Oh. Ein neues Gesicht. Du musst einen weiten Weg hinter dir haben. Sicher bist du müde nach der langen Reise. Also, naja. Rote ich doch aus. Kann ich hier tatsächlich schlafen? Ne, ne? Ne. Geht nicht. Okay. Schade. Oh. Oh nein. Die können wir nicht mitnehmen. Schade. Für viele. Okay. Willkommen. Schau dich ruhig um. Wir handeln nur mit legalen Ports. Also, keine Sorge. Was? Oh. Ach krass. Der verkauft uns die auch. Aber selber fangen finde ich, ehrlich gesagt, schöner. Kann ich dem auch welche verkaufen? Tatsächlich. Dem könnten wir nachher die ganzen... Oh. Das bringt richtig Kohle. Habt ihr gerade gesehen. Aber ich hab Angst, die jetzt zu verkaufen. Nachher ist unsere Aufgabe dann wieder weg. Was ist denn da los? Hä? Wuch. Was? Was stimmt denn nicht mit dir? Kann mir mal jemand helfen hier? Nö. Sag mal. Warte mal. Probieren wir es mal. Ach guck mal. Jetzt hilft er uns. Okay. Haben wir noch eine Porn? Eine normale? Das ist keine gute Fangwahrscheinlichkeit. Oh. Jetzt hab ich ihn weggeworfen. Scheiße. Das ist keine Porn-Sphäre. Okay. Aber. Ist ja doof, dass das... Wow. Hä? Ergreift mich gerade die Miliz an? Wieso? Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert, ehrlich gesagt. Hm? Wieso greift denn der mich an? Ich hab dir noch gar nichts getan. Hilfe. Oh Gott. Ich komm hier gar nicht weg. Scheinbar habe ich den irgendwie angegriffen. Jetzt ist er sauer auf mich. Ich will gar nicht. Hilfe. Ah. Ich will nicht. Du scheinbar keine Mundi mehr zu haben, ne? Der drückt die ganze Zeit ab. Aber es passiert nichts, glaube ich. Oha. Ich wollte gar nicht mit dem Kämpfen. Oh Gott. Oh, ein Evoli. Ein Fixie. Ja. Achso, ich hab ja keine Dinger mehr. Oh. Die haben wir noch. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Polz fangen lassen. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Wahrscheinlichkeit. Äh. Am Polz möglich. Hm. Kann auch Wetter erhöhen. Machen wir vielleicht auch gerade mal. Ja, und zwar die Ausdauer ist mir ein bisschen so. Oh. Scheiße. Komm mal zurück. Ja. Der verfolgt uns jetzt immer noch. Oh, wie doof. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Wir haben ja wahrscheinlich aus Versehen gehauen, ne? Als ich auf das Viech gehauen habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der das dann abkriegt. Das ist ja jetzt nervig. Ich hoffe halt, der ist jetzt nicht unendlich sauer auf uns, dass das wieder sich legt, wenn ich weggehe. Hoffen wir mal. Oh, der rennt uns immer noch nach. Jetzt ist die Kampfmusik weg. Ist vorbei? Vielleicht. Was ist denn das da? Atom-Bad rennt uns hinterher. Level 12. Oh Gott. Ich würd gern nach Hause. Lager zurückbauen? Was? Ich würd gern dahin. Oh je. Okay. Wir können nicht einfach so irgendwo hin porten, scheinbar. Wir müssen das von nem Dingens aus machen. Okay. Also Schnellreise, meine ich. What? Das war ja gerade alles ganz schön. Puh. So, fliegt der mir jetzt auch noch hinterher hier? Ich glaub, ist vorbei jetzt. Okay, muss mich jetzt erstmal orientieren. Das ist jetzt ganz schön in die Hose gegangen hier. Also, hier wäre auch ein Portpunkt. Und da wohnen wir. Das ist ganz schön weiter. Aber hier komm ich gar nicht hoch, oder? Weiß ich nicht? Kingpacker. Wir können auch versuchen, hier hinzukommen. Zum Turm. Und dann quasi wieder zurück porten. Können wir das irgendwie markieren? Marker E. Ähm. Ja, ich drücke E. Passiert aber nix. Okay. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie da hin. Ne? Dann könnten wir dem Weg halt hochfolgen, theoretisch. Wenn wir unterwegs nicht gekillt werden. Hier nachts rumlaufen ist natürlich scheiße. Ihr seht nichts. Und ich seh auch nicht wirklich viel. Aber können wir jetzt leider nicht ändern. Oh, hier hat man eine Sphäre. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und da ist noch eine. Ich würd gern so einen Evoli-Verschnitt fangen. Und auch das Feuer fichte eigentlich auch gerne. Jaja, ich hör schon. Ist okay. Das könnten wir sogar fangen. Aber der ist gerade hinter. Ah, okay. Ne. Können wir jetzt leider nicht machen. Oh, ihr seid ja auch putzig. Oh. Aua. Okay. Soviel zu der Frage am Anfang der Folge. Von wegen, ob uns die Viecher hier auch von sich aus angreifen werden. Ja. So, da hinten ist es. Oh Gott. Lasst mich doch mal. Hi. Da ist er. Sehr gut. So, die Frage. Da ist auch so ein schöner Turm. Aber jetzt im Dunkeln ist scheiße zu erkunden, ne? Ja, nee. Machen wir nicht. Wir warten, bis hell ist. So, erstmal jetzt hier. Und ab zum Lager. Ja. So. Kostet das eigentlich was? Ich weiß es nicht. Ja, leider haben wir kein Bett. Das ist ein bisschen schade. Wir müssten mal eine Kiste. Kann ich eine Kiste bauen? Sehr gut. Wir bauen mal eine Kiste. Wo bauen wir hin? Bett hätte ich dann wahrscheinlich da gerne irgendwo nämlich an. Weiß ich noch nicht. Ja, komm, bauen wir hier gleich daneben. Ich. Oder in die Ecke. Hm. Ja, doch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier das Ganze gestalten möchte, ehrlich gesagt. Hier könnten wir Werkbänke so aufreien, theoretisch. Müssten wir auch machen, ehrlich gesagt. Wir brauchen auch noch Werkbänke. Ich mach mal erst, fangen wir erstmal damit an und dann die Kisten drumherum organisieren. Also vom Fenster ist doof, ne? Ja, vom Fenster ist doof, sieht denn doof aus. Okay, ich hab ne Idee. Warte mal. Ich mach erstmal eine Holztour hier hin. Oh. Ähm. Mist. Warte mal. Doch, das geht. Warte mal. So. Ich hoffe, die steht richtig rum. Oh, das war grad abenteuerlich mit den ganzen Viechern da. Muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man rumrennt. Und wir müssen uns merken, welche Viecher uns gefährlich werden. So, sehr schön. Jetzt ist die Frage, wenn ich da Sachen drin lagere, ob mir die trotzdem noch zur Verfügung stehen. Das würde ich jetzt gerne ausprobieren, indem ich hier einfach mal alles mögliche lager. Und dann gucken wir mal, ob wir die Sachen denn noch verwenden können. Leder haben wir auch gefunden. Okay. Den hier würde ich mir vielleicht tatsächlich gerne aufheben. Hm, die Eier. Da würde ich vielleicht ne eigene Kiste dann noch machen. Hm. Das ganze Futter. Äh, die brauchen wir noch nicht. Die Samen. Die brauchen wir. So. Okay, wenn ich jetzt baue, habe ich meine Materialien noch scheinbar, ne? Ich habe alles an Holz und so abgelegt und wir können trotzdem bauen. Sehr gut. Das finde ich gut. Das mag ich sehr. So. Würde ich sagen, kommt hier daneben eine Werkbank. Nehmen die Kiste. Ich baue jetzt trotzdem hier. Ich meine, wir haben wirklich einen schönen Ausblick aufs Meer. Ich, ja. Da hinten war schön am See, aber wir werden wahrscheinlich ständig Sachen finden, die wir schön finden. Ich hätte jetzt, glaube ich, gerne mal einen Spitzhacke. So. Den Speer hätte ich auch gerne. Schauen wir mal, was wir jetzt alles hinkriegen. So. Stoff können. Oh ja, Stoff brauchen wir fürs Bett, ne? Machen wir mal fünf Stück. Oh, okay, das dauert ein bisschen. Dann trinke ich mal einen Schluck. So. Erfrischenes Quellwasser. Aus dem Wasserhahn. So, vielleicht können wir uns dann ein Bett gleich bauen. Oh, wir können uns auf jeden Fall... Ja, Kleidung fände ich auch cool. Kommt, wir machen uns Kleidung. Ich weiß, ein Bett brauchen wir auch. Dann könnten wir vielleicht die Nacht halt schneller wegmachen. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie viel Stoff tatsächlich das Bett jetzt kostet. Müssen wir gleich mal schauen. So, weil ich hier die ganze Zeit im Bikini rumrenne, ist halt auch doof. So. Direkt angezogen. Oh ja, das ist doch schick. Okay, das hat sich gelohnt. Das sieht echt schick aus. So. Dann die Steinaxt. Was... Warum kann ich die nicht machen? Doch, kann ich. Warum ist die ausgegraut? Sieht so aus, als wäre die ausgegraut, ne? Aber geht scheinbar trotzdem. So. Dann können wir vielleicht jetzt auch Bäume umnieten. Für Holz. Mal schauen. Sperr geht jetzt nicht mehr. Na gut. Nicht schlimm. Wir können noch einmal Stoff machen. Machen wir auch. So. Und das war's dann jetzt auch. Ja, wir haben alles gemacht. Davon auf jeden Fall noch welche. Vier Stück gehen. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt den Rest der Folge noch machen. Mh. Haben wir noch die Repar... Ah, nein. Verdammt, schon erst aufgebraucht. Okay, ist nicht schlimm. Das Lagerfeuer. Was brauche ich denn? Wieder sehr viel Holz. Ja. Okay. Wir könnten jetzt mal ausprobieren. So, wir haben ein neues Werkzeug. Huch. Ernsthaft. Okay. Die waren vorher noch nicht da. Oh, der ist tot. Warte. Wartet mal. Kann ich mich, wenn ich hier Bären esse, heilen? Ich weiß es nicht. Oh. Hatte ich nur eine? Feuerschuss. Muss ich das erst zubereiten? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, oder? Hm. Okay. Guck mal eben, was passiert hier? Guck mal, den haben wir hier schon? Nein. Hi. Wie soll der sich jetzt bewegt? Wir sehen, wir kriegen für die auch echt viel Kugel. Also es lohnt sich auch, die einfach so zu fangen. Oh, nein. Alter. Nur 25 Prozent. Ah, abbrechen mit rechter Maustaste. Ah. Okay. Wusste ich gar nicht. Probieren wir mal. Du. Ja. Und wir haben, glaube ich, ein Level Up. Uh. Sehr schön. Oh, der Händler ist da. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich finde es cool, dass der Händler hier auch vorbeikommt. Ja. Hi. Ja, nee. Lederknochen. Feuerdröse. Giftdröse. Na gut, die können wir uns selber herstellen. Und anpflanzen können wir noch gar nicht. Nee. Erstmal dann nicht. Die können wir uns noch nicht leisten. Kann ich was... Warte mal. Das Viech nervt gerade ein bisschen. Verkaufen. Hm. Wow. Guck mal, wie bringe ein Poil damit Feuerschuss bei? Ach so. Deswegen kostet die auch 100. Nee, dann lasse ich's, glaube ich, oder? So nötig haben wir das Geld jetzt nicht. Giftdröse bringt auch sehr viel. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann. Deswegen würde ich jetzt unten gerne weggeben. Ähm. Ich mach mal hier. Kann ich schon Lagerverbesserung machen? Setze ein Poil. Warte. Zuerst mal, ähm... Wer wäre jetzt K.O.? Der hier war K.O. Dann nehme ich dich mit. Depresso Level 3. Nö, ist mir zu low. So. Obwohl, denen geht's auch nicht gut. Die müssten auch mal ausruhen. Dann machen wir so. Du bist auch Level 5. Ja. So, die können sich hier... Ich weiß gar nicht, ob die sich... Ja, doch, machen sie. Das sehe ich gerade. Ähm. Einer kann hier arbeiten. So. Und sehe ich das richtig, dass ich jetzt... Ja. Lagerverbesserung. Baue ein mieses Bett. Okay. Haben wir mal wieder eine Aufgabe erledigt. Sehr schön. Keine Gegenstände in der Warteschlange. Okay. So. Wir brauchen jetzt wieder eine Menge Holz. Und ich würde gerne ausprobieren. Die Axt. Genau. Nur vielleicht nicht gleich hier die Bäume umnieten. Vielleicht hier hinten irgendwo. Ich weiß nicht, ähm... Wie lange es dauert, bis die wieder respawnen. Und ob die überhaupt respawnen. Ah, guck mal. Da kriegen wir Fasern. Stimmt, wir brauchen ja auch Fasern, ne? Ich erinnere mich. Okay. Geht der Baum gar nicht? Doch. Okay. Die Bäume gehen kaputt. Also theoretisch brauchen wir auch nur ein paar Mal draufhauen und müssen es ja nicht kaputt machen. Dass man quasi sich einfach nur ein paar Ressourcen holt und dann lässt man den Baum in Ruhe. Ich mach mal reichend zehn. Ähm. Einmal Wolle. Ah, wir brauchen einmal normale Wolle. Ah, nein. Und ich hab alles verarbeitet. Finden wir noch irgendwo hier eben ein Schäfchen? Wir bräuchten halt nochmal so einen Lammball. Da kriegen wir, glaube ich, Wolle her. Ja, reiß dich mal ab, Schlüppi. Na komm, irgendwo muss noch eins sein. Ich würde gerne, ich würde gerne in dieser Folge noch ein Bett bauen, ehrlich gesagt. Ist da bestimmt irgendwo ein Lämmchen am Rumrennen. Hühnchen? Ne. Die werden wahrscheinlich keine Wolle. Vielleicht der da. Vielleicht droppt der Wolle. Oh, da hinten ist auch ein Schäfchen. Okay. Dann lieber das Schäfchen. Bist du ein Schäfchen? Doch, ist ein Lammball, ne? So, dann los. So, hab ich Wolle bekommen? Ja, dreimal. Sehr gut. Was wir auch mal eben ausprobieren können, ist das hier. Was kriege ich da? Ah, Paldiumbruchstücke kriegen wir hier für unsere Bälle. Ja, super. Perfekt. Ich weiß, wir müssen auch noch ein Lammball fangen. Ich weiß allerdings nicht, wenn ich die fange, ob ich dann auch noch die Ressourcen kriege gleichzeitig. Das, ähm, da bin ich mir unsicher. Oder ob wir dann quasi nur das gefangene Viech kriegen ohne Ressourcen. So, ich nehme hier mal Dinger mit. Dann rennen wir jetzt direkt mal wieder zurück und wir bauen uns ein Bett. Das war für mich so quasi folgend Ziel. Ein bisschen Inneneinrichtung bauen. Wir haben die Werkbank, wir haben eine Kiste. Jetzt würde ich gerne noch ein Bett reinzimmern. Ja, ist gut. Haben die denn? Oh, ist das ein fremdes Lammball? Ne, das ist meins noch. Das ist meins, ja. Der greift jetzt für uns an tatsächlich. Okay. Kann ich den hier nochmal zurückrufen? Ich möchte gar nicht, dass der da jetzt rumrennt. So. Okay. Der muss jetzt hier nicht irgendwelche Viecher angreifen. So, wir sollten alles haben. Ja, haben wir auch. Guck mal so, oder? So schön mit Blick aus dem Fenster, wenn man morgens aufwacht. Oh ja. Das hat doch was. So. Boah, ich bin echt froh, dieses Spiel jetzt spielen zu können. Ich habe da echt lange drauf gewartet. Irgendwie, ich weiß gar nicht, vor Monaten, vor einem halben Jahr oder länger, haben sie ja schon so ein bisschen, ja, was verkündet von dem Spiel. So Trailer und Bilder und so. Artikel habe ich gesehen, wo es auch mit Pokémon verglichen wurde. Pokémon Waffen und sowas. Ich, ja, ich habe wirklich sehr sehnsüchtig darauf gewartet. Und bin sehr, sehr froh, dass es jetzt da ist. Ich glaube, ich werde sehr viel Spaß hier mit haben. Ah, hier brauchen wir eine Steine. Echt, habe ich schon alle Steine ausgegeben? Ach krass, wir hatten doch so viele. Na gut. Na gut. Ähm. Ach guck mal, wir haben ein Seil bekommen auch. Ähm, hallo. Ach so, das sind die Fasern. Ja, natürlich. Wir brauchen mehr Kisten, sehe ich gerade. Warte, kann ich noch eine Kiste bauen? Das kostet doch nicht viel. Auch Stein. Aber ein Lagerfeuer können wir noch bauen. Bauen wir natürlich draußen hin. Wir wollen ja nicht, dass uns die Hütte abfackelt. Ähm, wollen wir das hier schön unter den Bäumen? Ja, das finde ich, glaube ich, toll. Hier bauen wir unser Lagerfeuer. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, ob wir unsere Sachen da braten können oder so. Stockbrot wäre schön. Ach, guck mal. Lammballkeber, Buschauerbraten. Okay, komm. Ach, wie cool das aussieht. Auf der Pfanne da das Spiegelein und die Wienergeule. Cool. Das dauert aber, wow. Okay. Mission erledigt. Du kannst deine Pornbox verbessern. Jetzt schon. Ach, in dem Bett. Stimmt. Ja, können wir gleich machen. Wow. Okay, ich glaube, das Kochen würde ich dann zwischen den Folgen machen. Das dauert ja doch schon ganz schön lang hier. Das hat zumindest erstmal einen schönen Ruschauerbraten. Mmh. Lecker. Das können ja auch unsere Viecher machen, ne? Glaube ich. Müssten wir auch mal ausprobieren eigentlich. Sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Warte mal. Ich lasse mal ein Lammball hier und ein Depresso. So, die könnte ich gerade mal darum kümmern. Ähm, so erstmal. Und jetzt V. Noch verbessern. Ja. Bau Futterdruck und ein paar Strohbett. So, ihr habt euch gekümmert? Sehr gut. Warte mal, was ist denn das da? Ach, guck mal. Weil wir es nicht gekillt haben, wurden die Sachen jetzt einfach so hingedroppt. Ach, krass. Der holt jetzt Steine für uns. Ach, wie cool ist das denn? Okay. Ähm, woher weiß ich denn, was die so können? Warte mal. Ne, das wollte ich nicht. Mmh. Sehe ich das irgendwo, was die so machen? Also, er macht jetzt einfach Steine. Moment. Wo sehe ich das? Ach, da vielleicht. Guck mal, da ist so eine Leiste über Arbeitsstatus. Bergbau steht da. Ach, krass. Der macht Transport. Okay, na, das bringt uns nichts. Macht jemand Essen? Freizeit? Freizeit. Ähm, der würde sammeln, glaube ich. Und ich weiß nicht, was das Holzsymbol heißt. Ich bräuchte jemanden, der Essen macht, ehrlich gesagt. Aber haben wir, glaube ich, nicht. Also, da ist so ein Essensymbol neben dem Bergbausymbol. Aber, ne. Haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber dann würde ich mal den hier noch mit hinsetzen. Sehr schön. Dann könnt ihr zusammen Steine holen. Ja, das ist ja... Okay, das ist mega cool. Wir müssen sie tatsächlich noch aussammeln, aber... Cool. Sehr geil. Ach, da. Jetzt bräuchten wir... Ja, okay. Jetzt bräuchten wir einen mit Transport wahrscheinlich. Warte mal. Der macht Transport. Und der holt uns dann ja vielleicht die Steine. Wir brauchen aber wahrscheinlich eine freie Kiste. Warte mal. Okay, also hier wären Steine. Möglichkeit drin, ne. Ich mach mal ein bisschen Platz für. Mal gucken. Ob der jetzt die Steine hier hinbringt. Tatsächlich. Ach, krass. Schaut mal. Jetzt sammelt... Ne, da wirklich die Steine ein. Ach, genial. Aber... Ist denn die jetzt wieder fallen? Oh. Ähm. Ja, ist voll. Ähm. Wie sag ich dem denn, wohin mit den Steinen? Warte mal. Systemzeug. Geht. 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 Transport. Also, wir sehen, er sammelt ein. Aber ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, wohin. Warte mal. Da hat er ihn. Und lässt ihn wieder fallen. Okay, an sich cool. Aber wie kriege ich denn jetzt dazu, die irgendwo hinzuliefern? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mach mal erstmal wieder alle zurück. Dann sammeln wir mal selber ein, aber... Okay. Also, theoretisch klappt das. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch rausfinden, wie wir das machen, dass der die da hinliefert, wo sie hin sollen. Und wir essen hier mal. Ähm. Hat das was gebracht? Ja doch. Sehr viel sogar. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal Schluss. Wir sind schon mal in einer halben Stunde. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich schau mal. Ich mach uns mal ein bisschen essen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dass die Viecher hier tatsächlich... Dass das auch wohin gebracht wird halt. Oh. Wir haben gerade Beeren, Pilze und Lammball. Kebab. Ja, das mach ich. Gut. Dann schön, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.